Und ich höre dich noch. Ach, das passt nicht zu dir. Was willst du denn in einer fremden Stadt? Und ich sag, was wenn doch. Ich will alles probieren. Vielleicht bin ich da einfach gerne wach. Denn wer weiß schon, was kommt und wohin alles führt. Und wir finden das alles schon irgendwann raus, aber heute nicht. Und ich lauf nicht davon. Ich folg meinem Gefühl. Wir sind immer zu Hause, wo wach bleiben schöner als träumen ist. Untertitelung des ZDF, 2020